Hallo zusammen, mich hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Mythic Plus Opening. Und zusätzlich werde ich mir, glaube ich, ein 415er Teil von den Azerite Pieces holen. Und zwar ein bestimmtes für 7000 irgendwas Marken, denn ich müsste, wenn ich die Kiste jetzt gleich aufmache, genug von dem Titan Residuum haben. Und da spare ich jetzt schon eine ganze, ganze Weide drauf. Und wir werden jetzt mal gucken, was in der Kiste ist. Ich hoffe, ein gutes Trinket. Und mit dem Char könnte ich noch ein, ja, ein gutes Trinket brauchen. Und was habe ich gekriegt? Ah, die Waffe ist halt eigentlich echt gut, ne? Die hat halt Bis-Stats drauf, aber hat halt 10 Item-Level weniger. Ah, vielleicht ist die... Hmm... Die ist aus Sting, oder? Hier aus Vakerist Manor, meine ich. Zumindest vom Style her. Ah, so eine Waffe rauszuziehen ist schon nice, ne? Bis-Stats auch, aber es sind halt 5 Item-Level weniger. Bei der Waffe ist das halt schon viel, weil es halt die Waffen-DPS ausmacht, ne? Hm, und das hat halt allgemein so viele Stats drauf. Müsste ich mir mal genauer angucken. Vielleicht kann ich das Ding sogar gebrauchen. Vielleicht. So, nichtsdestotrotz fliegen wir jetzt mal kurz runter. Und zwar müsste ich jetzt... Ich habe 7.266 abzeichnen. Jetzt gucken wir mal. Denn ich wollte mir hier eine bessere Brust kaufen. Ich habe... Also ich versuche überall hier, diese gekrümmte Klaue quasi als Bonus zu haben. Denn damit kann man ziemlich viel AG hochstecken. Und das ist ziemlich praktisch. Das ist ein ziemlich guter Trade. Zumindest offensiv. Defensiv auch ein bisschen, weil du ja darüber dann auch, ähm, ja, ein bisschen mehr erweiden kannst und sowas. Aber hauptsächlich offensiv, muss ich sagen. Wobei Stats sind nicht schlecht, ja? Wenn man ihn kriegt. Genau. Es ist zwar ein bisschen tricky mit dem Ding, weil es oft ausläuft, ne? Das wird ja immer dann quasi, ähm, refreshed, wenn man einmal mit Hauen trifft. Und dementsprechend hat es dann so eine 50-50-Chance, dass es, ja, dass es den Stack einmal nochmal hochstackt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe mir nämlich eins schon rausgesucht gehabt, ne Brust. Jetzt bin ich mir bloß nicht mehr ganz sicher, welche es war. Man kann die aber hier, glaube ich, vorher angucken, oder wie waren das? Ich will es mir jetzt nicht versehentlich kaufen. Äh, wie waren das irgendwie so? Ah, ja, genau. Also, was hat denn die Brust drauf? Die hat einmal das Hauen-Ding drauf. Das brauche ich, ja. Ähm, das ist nicht so ganz nice. Sonst hat es ziemlich beschissene Sachen drauf. Ah, nee. Also, ein gutes Ding hat es schon mal drauf. Okay, die erste wäre schon mal was. Hier haben wir das Hauen. Das haben wir drauf. Die beiden sind eigentlich die besten Sachen für E. Und hier, das ist das Beste defensiv. Eigentlich will ich einen Teil, das hier gekrümmte Klaue drauf hat, mein Active Mitigation-Ding und das hier. Das ist eigentlich ziemlich perfekt, weil wenn ich offensiv gehen will, nehme ich das. Und wenn ich defensiv gehen will, nehme ich das andere quasi. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Was hat es jetzt sonst noch drauf? Am liebsten wären wir noch dieses Schild, ne? Movement Speed ist nice. Und das hier, naja, das ist eigentlich bei Bossen. Ist in Inseln relativ cool, ja? Aber, ähm, im Raid meistens hast du ja nur einen Boss, ne? Dann hast du keine vier Mobs. Das lohnt sich dann eigentlich nicht. Jetzt schauen wir mal, ob es noch ein besseres gibt. Äh, nee. Das ist Krabby. Das brauche ich nicht. Und was haben wir hier noch? Das hier. Gut, da haben wir das Defensive auf dem gleichen Ring. Haben wir jetzt aber auch nicht das Schild dabei. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch... Warte mal, habe ich das jetzt ausgelassen? Ne, das war das, was ich eben hatte, ne? Dann haben wir noch das hier. Aber weh, da ist nirgends das Schild dabei, ne? Oder gibt es das auf der Brust gar nicht? Es gibt ja dieses Absorb-Schild. Das finde ich mit Abstand am besten. Wenn du das dreimal hast, dann ist das echt ein ziemlich großes Schild, ne? Das halt relativ viel abhält. Okay, das hat auch nichts drauf. Und sonst haben wir jetzt noch eine über. Die auch leider das Ding nicht drauf hat, die Brust. Ja, okay, äh, dieses Schild. Heißt, ich werde wahrscheinlich nicht das hier mehr holen, oder? War das das Richtige? Gut, dann habe ich halt den Shit oder Movement Speed. Ist okay. Gut, Krit ist jetzt auch nicht so optimal, aber die wichtigsten sind die äußeren beiden. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich mir nicht das Falsche kaufe. Weil wenn ich jetzt 7000 irgendwas Marken waste, das wäre bitte... Also das hier ist es, ne? Nochmal gecheckt, ja. Also die Brust muss ich mir jetzt kaufen. Das wäre so bitter, weil da sparst du halt so viele Wochen drauf, ne? Wunderbar, jetzt kann ich mir das nehmen. Es gibt es jetzt erstmal offensiv und wenn ich es dann irgendwann defensiv brauche, kann ich immer noch switchen, ne? Also der Vorteil hieran ist, dass, ähm, wenn Hauen drauf ist, was ich ja eigentlich immer drauf hab, ähm, mein Schreddern mehr Damage macht. Und brutale Schlitzen, äh, beziehungsweise Prankenhieb. Ich hab jetzt, bin jetzt gerade quasi in einem Katzenspack, deswegen steht da brutale Schlitzen drauf, weil ich quasi hier geskillt hab, aber es ist auch Hauen, heißt, du machst halt da eh technisch mehr Damage, ne? Ja, das nehmen wir noch mit. Dann müsste ich gleich umspecken, dann kann man es, kann man es vielleicht nochmal ein bisschen besser sehen. Und dann nehmen wir das mal mit, zumindest für Inseln, das ist ganz praktisch. Bei manchen Bosskämpfen, wo viele Mobs sind, dann auch, aber das sind ja die wenigsten an, an sich. Warte mal, wenn ich jetzt umskill, dann müsste es, glaube ich, richtig dran stehen. Dann müssen wir es noch umtransmoggen, an der Stelle. Ich muss eigentlich noch im Plus mit dem Char gehen, dass ich vielleicht noch das Trinket aus Freehold rausbekomme, ne? So, jetzt meine ganzen Marken geopfert, ne? Jetzt bin ich wieder bei 100 Stück, das ist schon leicht bitter. So. Jetzt gucken wir mal. Ähm, und zwar transmoggen wir das mal auf mein Challenge-Mode-Set um. Wo haben wir es denn? Da, und dann muss ich mal testen, wie hoch ich jetzt komme, weil jetzt habe ich quasi, ähm, drei Teile, ne? Alle mit dem gleichen Trade drauf. Und dementsprechend alle auf, ähm, ja, alle auf mythische Schwierigkeitsstufe. Habe ich jetzt hier irgendwo ein paar Mobs, die ich ein bisschen cleaveln kann? Wisst ihr, was ich mache? Ich teste das jetzt ganz schnell in der Instanz. Ich stelle es mal auf Normal, dass die nicht so reinhauen. Wie viel Agi ich dann am Ende habe, das will ich jetzt mal sehen. Brauche irgendwas, wo ich ein bisschen rein cleaveln kann. So, jetzt pulle ich mir hier einfach ein paar Mobs zusammen. Euch, Dudes. Schauen wir mal. Also das ist das Ding, ne? 400. Schau mal, das sind 2000 Agi, ne? Und die kann ich theoretisch, wenn's gut läuft, also den Stack, wenn ich den Stack quasi nicht auslaufen lasse, kann ich das durchgehen, die 2000 Agi. Deswegen ist das halt so stark, ne? Seht ihr, das ist gut. Während ich Inka anhab, kann ich Hauen halt durchprügeln, ja? Aber sobald Inka halt nicht, ähm, nicht mehr an ist, dann, ja, hast du halt bloß eine 50-50 Chance. Bei jedem Ziel ist es getroffen. Also wenn ich mehrere Ziele hab, dann bleibt's eh offen. Wenn ich jetzt nur einen Boss hab, dann ist es ein bisschen beschissen, weil, ähm, naja, das bleibt, glaub ich, irgendwie so 10, 12 Sekunden drauf. Also du kannst gerade so zwei Hauen spammen. Und wenn du zweimal Pech hast bei einem Single-Target-Ziel, dann läuft's halt aus, ne? Aber das ist halt echt richtig stark. Also 2000 Agi sind halt, sind halt sehr viel, ne? Dann siehst du mal. Nein, jetzt läuft's. Au, nein, ich hab's gerade nochmal refreshed, ne? Schauen wir mal an. Ja gut, okay. Das ist die Geschichte, die ich testen wollte. Bis jetzt hatte ich nur immer zwei, beziehungsweise, äh, eins und, ähm, zwei Hero-Teile. Da hast du halt wesentlich weniger Agi bekommen, aber so ist das schon echt richtig stark. Jetzt hab ich meine quasi perfekten Azerid-Pieces und dafür hat sich der Raid aufgelöst und ich kann's nicht mehr so richtig nutzen. Mal gucken, ob ich mir jetzt demnächst was Neues suche oder wie ich's machen werde. Gut, mit dem kleinen Opening und dem Test soll's das gewesen sein. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.